Ich kann nichts mehr sagen, wir haben abgemacht, dass ich kein Wort sage, ich bin am Brennen innerlich, ich guck den Staatsanwalt an, ich denk mir so, ich guck den Richter an, ich denk mir so, ich guck die alle an, ich denk mir so, mein Anwalt, während er redet und die fertig macht, beruhigt er mich noch so, er so Bruder, er so chill, er so hör auf, auf einmal packt er von meinem Song Casino Royale ein paar Zeilen aus, von wegen, ich mache damit nur ein paar Cent, packe im Monat auf locker 10k weg, alles verdoppelt sich ohne Fake-Zahlen-Check und das liest er vor, ich guck meinen Anwalt an, ich mach so, Mein Anwalt sagt so chill und lacht, die Klasse ist am sterben, der Richter macht schon so und der Staatsanwalt denkt, der performt gerade meinen Track, Digga. Hallo, hallo, einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Leute, wenn ihr nur wüsstet, ich erzähl euch gleich, ich hatte heute nämlich meinen Gerichtstermin, ich hab euch schon mal gesagt, dass es so eine Gerichtsverhandlung kommen wird und das war genau heute. Um 10.20 Uhr ging's los, mein Anwalt, der anonym bleiben möchte, mehr oder weniger, der möchte nichts mit der Öffentlichkeit so zu tun haben, ein Motherfucker, ist extra von Berlin hergefahren, um 5 Umbauungsdessen losgefahren nach Münster, um mich zu vertreten. Leute, ihr müsst eine Sache wissen, es ging, es ging tatsächlich um das Video, welches ich im Krankenhaus aufgenommen hab damals, als die meinem Sohn die Behandlung oder die weitere Behandlung verwehrt haben, aufgrund von Corona-Teststäbchen durch die Nase. Und ich hab mich da schützend vor meinen Sohn gestellt und hab das nicht zugelassen, dass die den da irgendwie nochmal weiterhin massakrieren mit irgendwelchen komischen Tests, die völlig sinnlos waren zu der Zeit oder für den Moment, für die Situation. Und hab das Ganze gefilmt, weil ich mir nicht anders zu helfen wusste, ich hab einfach mein Handy genommen und dachte mir so, die Öffentlichkeit schützt mich jetzt. Ich dokumentiere das einfach hier, bla bla bla. Ich hab's ja oft im Internet gesehen, wie die Leute das machen, wenn die von Cops angehalten werden oder zu Unrecht behandelt werden. Hab ich so einfach diesen Film geschoben. Und dann, ähm, ja, gab's auch eine heftige Reaktion seitens der Uniklinik Münster. Die haben dann sofort alles eingeschaltet, ihre juristische Abteilung eingeschaltet. Mein Video wurde nach ein, zwei Tagen direkt gesperrt und so weiter und so fort. Aber es war im Umlauf, Leute haben das runtergeladen, es wurde auf irgendwelchen Kanälen weiter hochgeladen und verbreitet, auf irgendwelchen Telegram-Kanälen von Verschulungstheoretikern und überall, auf YouTube, überall wurde's verbreitet. So. Und dieser Arzt, den ich dort gefilmt habe, der mehr oder weniger in meine Kamera reingelaufen ist und mich dazu aufgefordert hat, nicht mehr weiter zu filmen, dessen Aufforderung ich nicht nachgegangen bin, weil ich halt in einer sehr komischen Situation war, ähm, der hat dann Anzeige erstattet, wegen Kunsturhebergesetz. Das bedeutet, ich durfte ihn nicht filmen und seinen Namen sagen, ihn damit identifizieren. Ich hab ihn damit identifiziert. So, in dem Moment, wo du voll aufgebracht bist, dein Sohn liegt da, deine Frau ist da, die ist das, voller Film, denkst du natürlich nicht darüber nach. Da rufst du nicht kurz mal deinen Anwalt vorher an oder googelst dann irgendwie, ob man das darf oder nicht. Und, ähm, das Ganze ist dann so weit gegangen, dass ich dann irgendwann einen Brief bekommen hab von der Staatsanwaltschaft Münster und darin stand dann ein, ich muss es leider so sagen, das wurde heute im Gericht auch erläutert und, äh, besprochen, im Detail sogar, ich hab einen, eine fast rassistische Anklageschrift bekommen. Ist kein Witz, Leute. Rassistisch, also wirklich, das war einfach Rassismus. Das war extremst rassistisch. Ich sag euch, was daran rassistisch war. Und zwar wurde mir unterstellt, oder es wurde behauptet seitens der Staatsanwaltschaft, dass das ein Phänomen sei, bei Jüngeren aus dem orientalischen Raum, dass sie anfangen, ähm, äh, Hilfskräfte wie Feuerwehr und Ärzte zu beleidigen und Polizisten anzufeinden. Das heißt, die haben mich in diese Schublade gesteckt, mit der Anklageschrift. Und haben behauptet, dass das ein orientalisches, oder aus dem orientalischen Raum, ein, dass ich da irgendwie mit drin stecke. Also die wollten mich in diese Schublade stecken. Sofort. Also wirklich, bäh. Und das war der Moment, wo ich, äh, fassungslos gewesen bin und dachte mir so, lese ich das gerade wirklich? Und des Weiteren stand darin, dass ich dieses Video aufgenommen habe, dass ich es geplant habe, dass das eine Racheaktion war und dass ich dem Arzt gezielt schaden wollen würde. Und dieses Video auf allen möglichen Plattformen, die es nun gibt, selber hochgeladen habe. Warum? Damit, jetzt haltet euch fest, ich schwöre euch, das steht in der Anklageschrift. Ich hab sie nicht hier, ich kann euch die nächste Mal mitbringen, dann lese ich euch, äh, eins zu eins, was dort drin steht. Ich hab dieses Video gemacht, um den Corona-Leugner oder den, äh, Querdenker, um der Querdenker-Szene, das steht in der Anklageschrift, um der Querdenker-Szene ein, eine Möglichkeit zu geben, um, um diesen Arzt jetzt irgendwie anzugreifen oder ihm zu schaden. Und das ist eine Rache, das war eine Racheaktion von mir. Kein Witz, das ist wirklich wahr. Schwarz auf weiß. Und als ich das gelesen hab, Leute, das ist ungefähr so drei Monate her, meine Kinnlade war unten und ich musste einmal lachen, dann wurde ich, hab ich böse geguckt, weil ich das nicht verstanden hab, dann musste ich wieder lachen und ich war sehr verwirrt. Ich war extrem verwirrt und konnte erstmal damit nicht umgehen und dachte mir irgendwie, ist das echt? Dann hab ich nochmal geguckt, wer der Absender ist, es ist tatsächlich die Staatsanwaltschaft Münster. Also wirklich, offizielles Schreiben. Und dann denk ich mir so, hat das ein Kind geschrieben? Jetzt mal Realtalk. Hat das einfach ein Kind geschrieben oder ist es deren Ernst? Digga, das Blatt ist hoch rassistisch und diskriminierend zugleich. Ich habe mies recherchiert. Ich kam auf mein Leben nicht klar, Leute. Ich hab sofort meinen Anwalt angerufen in Berlin und ihm das erstmal erzählt und er meinte, Moment mal, Moment mal, das haben die doch nicht, das steht doch nicht so in der Anklageschrift. Ich sage doch und während ich ihm das gerade erkläre, screenshote ich das und schicke ihn das per WhatsApp. Und er telefoniert noch mit mir. Ich erzähle ihm voll aufgebracht. Ich so, was ist das? Dürfen die das überhaupt? Was ist das denn, Alter? Was ist das? Das hab ich noch nie gesehen. Ich habe mies recherchiert. Und während ich ihm das erzähle, er sagte, ich rufe dich gleich zurück. Dann hat er sich das nämlich durchgelesen, hat mich nach 10, 15 Minuten kontaktiert und hat erstmal 30 Sekunden lang gelacht. Und dachte, ich verarsche ihn. Er dachte, ich verarsche ihn gerade. Ich sage zu ihm, Bro, das ist real. Das ist kein Witz. Das ist wirklich gerade so. Das ist echt. Er sagt, glaube ich dir nicht. Ey, der hat mir das einfach nicht geglaubt. Ich sage, wie soll ich das denn fälschen? Also du hast irgendwelche Hackertricks gemacht. Ich sage, Bro, jetzt mal Butter bei der Fische, ne? Das ist wirklich die Anklageschrift. Das kam mit einem gelben Brief zu mir nach Hause. Er sagt wieder, ich glaub dir das nicht. Er sagt, ich hab sowas in meiner gesamten Laufbahn noch nie gesehen. Seit über 8 oder 10 Jahren ist der Anwalt. Ich meine, das ist unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das würde niemals ein Staatsanwalt so formulieren. Ich sage, doch. Doch. So, genau so. Nicht anders. Er sagt, oha. Also ich ruf dich gleich zurück. Stunden vergehen. Er ruft mich an. Ich lauf hin und her. Wie ein Tiger im Käfig. Ich lauf hin und her. Und wisst ihr, was da drin, also was noch da drin stand? Ohne, dass es überhaupt zu einer Gerichtsverhandlung kam. Oder ohne, dass ich überhaupt befragt worden bin. Oder irgendwas passiert ist. 300 Euro pro Tag. Also Tagessatz 300 Euro auf 100 Tage. Das sind 30.000 Mücken. 30.000 Euro soll ich noch zahlen für das? Ich so, oha. Alter, ich wurde fast, ich wurde zum Gorilla, Alter. Ich bin durchgedreht, Alter. Warte mal. Ich gehe mal kurz in den Chatverlauf von meinem Anwalt. Vielleicht finde ich hier noch einen Screenshot von der Anklage. Habe ich es? Ja, ich habe es. Ich habe es. Soll ich euch das mal vorlesen, Chat? Haltet euch fest. Also wirklich nichts für schwache Nerven. Amtsgericht Münster. Strafbefehl gegen Herrn Keanu Schrascheli. Hier auch völlig falsche Daten. Hier steht, dass ich ledig bin. Ich bin verheiratet. Hier steht, dass ich im Lager arbeite. Das ist gefühlt, weiß ich nicht, wie viele Jahre her. Strafbefehl. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster wird gegen sie wegen Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz Vergehen nach Paragraf 33 1 Kunsturhebergesetz eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 300 Euro in Klammern 30.000 Euro festgesetzt. Festgesetzt. Ohne, dass ich überhaupt was dazu sagen könnte. Ich konnte nicht, das habe ich einfach so bekommen. Ich dachte mir so, hä? Warte mal. Ihnen wird gestattet, die erkannte Geldstrafe, die erkannte Geldstrafe in monatlichen Raten, in Höhe von 5000 Euro beginnend, einen Monat nach Zugang der Zahlungsaufforderung zu zahlen. Geraten sie mit einer Rate in Rückstand, wird der gesamte Restbetrag sofort fällig. Das heißt, die waren so nett und haben mir noch gewährt, jeden Monat 5000 Euro zu zahlen. Ich so, okay, ich so, what the fuck. Gemäß Paragraf 465 STPO werden ihnen die Kosten des Verfahrens auferlegt, auch noch. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sie in der Zeit vom 3.9.2022 bis zum 4.9.2022 in Münster unter Beschränkung der Strafverfolgung gemäß Paragraf 154a Absatz 1 STPO entgegen, blablabla, ein Bildnis öffentlich zur Schau gestellt zu haben. Ihnen wird folgendes zur Last gelegt. Ihr Sohn befand sich in ärztlicher Behandlung auf der Kinderinfektionsstation des Universitätsklinikums Münster, UKM. In dem Video. Stimmt gar nicht. Das habe ich in dem Video zwar schon nie gesagt. Am Folgetag luden sie das Video bei den sozialen Medienkanälen TikTok, YouTube, Instagram, Twitch, Livestream, Facebook und Co. im Internet hoch, wo ich sie in kürze rasche Verbreitung fand und über 250.000-fach angeklickt wurde. Insbesondere Corona-Leugner, ich hoffe, meine Mutter, das steht so drin, insbesondere Corona-Leugner nahmen dies zum Anlass für Drohanrufe bei dem Zeugen beziehungsweise dem UKM. All dies hatten sie beabsichtigt, um sich für die Zurechtweisung durch den Zeugen zu rächen. So. Genau so. Wisst ihr, was passiert ist? Natürlich haben wir direkt Einspruch erhoben. Ich hatte heute meinen Gerichtstermin, Leute. Heute war mein Gerichtstermin. Wisst ihr, ich habe nur eine Aussage gemacht. Nur eine einzige. Und die lese ich euch jetzt vor. Ich habe mit meinem Anwalt eine sehr, 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 sehr gute Strategie abgewickelt. Wir haben etwas schriftlich gemacht. Meine Aussage wurde erstmal schriftlich festgehalten, damit ich nicht vor Gericht mehrere Sachen erzählen muss und so weiter und so fort. Ich habe nur eine einzige Aussage gemacht. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Und die ist echt. Also wirklich, das ist auch genauso gewesen. Warte mal. Und das mussten die zur Kenntnis nehmen. So, die Einlassung. Mein Name ist Kianos Rashidi. Ich bin 1987 in Teheran geboren. Ich bin verheiratet und lebe mit meiner Ehefrau und unserem gemeinsamen Kind in Münster. Ich bin Musiker und nicht Lagerist. Ich will mich heute zu dem gegen mich erhobenen Vorwurf und den Geschehnissen am 03.09.2022 in der Uniklinik Münster äußern. Das ist meine einzige Aussage. Das habe ich heute im Gericht genauso vorgelesen. Ich bin aufgestanden. Ich hatte das Wort. Und dann habe ich genauso einen Zettel genommen und habe das hier drauf geschrieben gehabt. Ich habe das hier alles vorher aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse und alles, was zu meiner Verteidigung notwendig ist, auch anbringe. Diese Aussage ist vollständig. Ich habe aufgrund des Verhaltens der Staatsanwaltschaft Sorge, dass ich keinen fairen Prozess bekommen könnte und bitte das Gericht, sich von der Haltung der Staatsanwaltschaft deutlich zu distanzieren. Die Staatsanwaltschaft meint nämlich, mein Verhalten am 03.09.2022 sei, Zitat, Ausdruck eines neuen Phänomens von Beleidigungsdelikten gegenüber Ärzten von jüngeren männlichen Personen aus dem orientalischen Raum, dem durch nachdrückliche Strafverfolgung zu begegnen sei. Das ist gleich auf so vielen Ebenen unzutreffen und bedient vorurteilbehaftete Stereotypen, was ich nicht nur als nicht objektiv, sondern auch als verletzend empfinde. So habe ich angefangen, so kam ich rein. Dann hatte ich die Aufmerksamkeit vom Staatsanwaltschaft, von allen im Gerichtssaal. Plus eine gesamte Schulklasse war sogar da, weil das Ding öffentlich war. Und wisst ihr, wer sogar im Gerichtssaal war? Claudi Run, von unserem Twitch-Chat hier, von der Community. Claudi Run war sogar da, vor Ort. Aber der Reihe nach. Die in dem gegen mich erlassene Strafbefehl geschilderte Version ist einseitig und unvollständig. Vor allem lässt der Strafbefehl meine seinerzeitige Verzweiflung, den von meiner Familie und mir als Schikane empfundenen Umgang mit uns in dem Krankenhaus und die Sorge um meinen Sohn völlig außer Acht. Es ist zutreffend, dass ich nach diversen, von mir nicht veranlassten Eskalationen ein Selfie-Video aufgenommen und diese auf der Plattform TikTok veröffentlicht habe. Stimmt. Unzutreffend ist hingegen, dass das Video von mir auf weiteren Plattformen veröffentlicht wurde. Ich habe es ausschließlich bei TikTok gepostet und im Übrigen nicht einmal 24 Stunden später wieder entfernen müssen. Der Strafbefehl weist schon insoweit eine schlichte, falsche und unvollständige Version des Geschehens aus. So, da hat die Staatsanwaltschaft mich erstmal so angeguckt. Bei der abgebildeten Person handelt es sich jedenfalls um mich. Das räume ich ein. Ich habe damit die von mir als unwürdig und grenzenlos ungerecht empfundene Situation auch und insbesondere zu meinem eigenen Schutz dokumentieren und festhalten wollen. Deswegen wollte ich das Video aufnehmen. Ich wollte das nicht machen. Habe so etwas auch nie zuvor getan. Mir war auch zu keiner Zeit bewusst oder bekannt, dass man das in einem öffentlichen Krankenhaus nicht dürfen soll. Wobei der Arzt auch eine Maske trug. Also das war mir überhaupt nicht klar. Ich wusste mir in diesem Moment nicht anders zu helfen und habe mich dazu entschlossen, weil meinem Kind aus für mich nicht nachvollziehbaren Gründen die dringend notwendige Behandlung gegen seine Infektion verweigert wurde. Ihr müsst euch vorstellen, der Arzt und das Pflegepersonal sind reingekommen. Ich war noch gar nicht da. Meine Frau war die ganze Zeit mit meinem Sohn dort. Die war auch stationär. Die war da. Und die haben dann irgendwann, kamen die einfach rein ins Zimmer und haben dann gesagt, wir müssen jetzt einen Corona-Test bei ihrem Sohn machen. Meine Frau sagt, warum? Der hat doch erstmal einen gemacht durch Rachen. Der hat doch einen Rachentest bekommen heute. Warum muss man jetzt noch einen machen? Ja, ist uns nicht bekannt, der Rachentest. Wir müssen jetzt einen machen. Da meint meine Frau, okay, wie soll er denn gemacht werden? Ja, durch die Nase. Dann sagt meine Frau, warte mal, wie durch die Nase? Der hat ein entzündetes Gesicht, Auge, Nase, hier, irgendein Bereich. So, nein, der ist die ganze Zeit am Weinen und so. Ihr kriegt jetzt kein Stäbchen, seid ihr behindert oder was? Und die haben dann gesagt, wortwörtlich, wenn sie das nicht machen, müssen wir sie hier rausschmeißen. Wir müssen sie dann hier rausschmeißen. Das geht sonst nicht anders. Und meine Frau, in der Situation schon komplett am Ende, kaum geschlafen und so weiter und so fort, ruft mich an, voll verheult und sagt dann, die wollen uns hier rausschmeißen, weil die einen Corona-Test machen wollen in seinem Gesicht, in seiner Nase. Ey Leute, ich bin durchgedreht. Ich bin sofort hingefahren, bin da rein, hab den Arzt aufgesucht, der war natürlich nicht zu finden, weil die ja nie aufzufinden sind. Und hab dann mit dem Pflegepersonal geredet, ich hab gesagt, was ist hier los? Was ist denn hier los? Ja, wir müssen jetzt, ich hab gesagt, ihr müsst gar nichts machen. Ich hab gesagt, ihr braucht den nicht zu testen. Der liegt da einfach in seinem Zimmer und hat Antibiotikum-Tropf dran, der ist sich am Quälen. Was labert ihr da überhaupt? Warum wollt ihr jetzt auf einmal einen Test machen? Was labert ihr da überhaupt? Warum? Ja, müssen wir jetzt machen, sonst müssen sie ihre Sachen packen und gehen. Ich schwöre genauso. Ich hab gesagt, wo ist der Arzt? Der Arzt kann grad nicht. Ich so, okay, alles klar. Wir gehen hier nicht weg, bevor der Arzt nicht gekommen ist. Genau so. Ich hab gesagt, labern Sie mich gar nicht voll. Ich hab gesagt, mit Ihnen möchte ich gar nicht diskutieren, mit Ihnen möchte ich auch nicht reden, weil Sie haben ja auch nicht das letzte Wort. Bitte, gehen Sie mir aus den Augen, ich möchte mit dem Arzt reden. Arzt versteckt sich in seinem Zimmer. Kommt nicht raus. Ich schwör auf meine Mutter. Ich schwör nie. Ich bin kein Typ, der schwör. Ich schwör auf meine Mutter. Der kommt nicht raus. Ist in diesem Ärzte-Ding in dem Büro da. Was mach ich? Ich sag, alles klar, die wollen mich rausschmeißen. Zack, live gegangen. Video auf TikTok gemacht. Das kennt ihr alle, das Video. Und genau dann, wo ich das Video mache, kommt er plötzlich raus. Also doch. Dann kommt er plötzlich raus. Da war das Ding schon durch. Ich hab den Fehler gemacht, dass ich ihn gefilmt hab. Ich hätte ihn nicht filmen sollen. Dann wär alles cool gewesen. Ich schwör auf alles. Wär alles cool gewesen. Alles legitim. Ich hab ihn gefilmt. Hätte ich nicht machen sollen. Das war dumm. Hatte ich keine Ahnung. So. Weiter geht's. Ich wusste mir in diesem Moment nicht anders zu helfen und habe mich dazu entschlossen, weil mein Kind, bla, das hab ich schon, weil es verweigert worden ist. So. In diesem Moment schossen mir verschiedene Horrorbilder durch den Kopf und ich wollte, dass meinem zweijährigen Sohn schnell wieder gesund wird. Ich bin kein Arzt. Ich weiß nicht, was die richtige Behandlung gewesen wäre. Meine große Angst war aber, dass er eine Blutvergiftung oder irgendwas anderes, was bleibende Schäden an seinem Auge hinterlassen könnte, davontragen würde. Uns wurde in diesem Krankenhaus aber leider sehr wenig geholfen. Noch haben wir ein sicheres Gefühl vermittelt bekommen. Stattdessen wurden wir von Anfang an nicht nur von Herrn ... sondern auch von dem dortigen Pflegepersonal unfreundlich, abweisend und schikanös behandelt. Safe. Man hat uns dort einfach zu spüren gegeben, dass man sich weder für uns noch für die Krankheit meines Sohnes interessiert. Das Einzige, wofür man sich interessiert hat, war, dass man meinen Sohn unbedingt noch ein Stäbchen durch die Nase einführen will, obwohl wir gerade erst einen Corona-Rachentest bei ihm gemacht haben. Ich bin kein Corona-Leugner, ich bin auch kein Querdenker. Ich verstehe nur nicht, warum das notwendig gewesen sein soll. Mein Kind war schlimmer krank und konnte sich sowieso nicht beruhigen aufgrund seiner Schmerzen. Versuchen Sie mal, auch einem gesunden Zweijährigen ein Stäbchen bis zum Anschlag in die Nase zu stecken. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Dafür muss man ein so kleines Kind mindestens zu zweit fixieren. Und ich kann das einfach nicht ertragen, wenn mein Kind fixiert wird, vor Schmerzen schreit und offensichtlich leidet. Ich habe einfach nicht begreifen können, warum diese Tortur für ein Kleinkind notwendig gewesen sein soll. War es nach dem frischen Rachentest auch nicht. Das haben mir viele Ärzte bestätigt. Unter anderem in demselben Klinikum Hals-, Nasen- und Ohrenarzt. Er hat gesagt, wir machen bei ihm einen Rachentest, weil durch die Nase geht man nicht, wenn es dort angeschwollen ist. Man weiß nicht, was man dort verletzen könnte. Punkt. Punkt. Und das habe ich dem Arzt versucht zu vermitteln. Das hat das Pflegepersonal nicht begriffen. Die haben nur den Kopf geschüttelt permanent. Und das hat mich irgendwann sauer gemacht. Ich habe das als eine unterlassene Hilfeleistung zulasten meines Kindes empfunden. Da die Staatsanwaltschaft aber meint, dass ich jeder böse bin und nicht mehr als, Zitat, eine jüngere männliche Person aus dem orientalischen Raum hat sie natürlich keine Ermittlungen wegen unterlassener Hilfeleistung aufgenommen, was mich wiederum fassungslos macht. Ist mein Sohn es nicht wert, dass man ihm hilft? Ist mein Sohn auch einfach nur eine jüngere männliche Person aus dem orientalischen Raum? Habe dann kurz innegehalten? Habe das wirken lassen? Dann hat der Richter ja immer die Augen verdreht. Trotz alledem bin ich ja ein Punkt, Punkt, Punkt. Bitte ich ihm um Entschuldigung, wenn es sich durch die Anfertigung oder Veröffentlichung dieses Videos gestört gefühlt hat. Verzeih ich, also habe ich mich entschuldigt. Ich wusste erstens nicht, dass ich in einem öffentlichen Krankenhaus nicht filmen darf. Heutzutage filmt auch eh jeder alles zu jeder Zeit. Mir kam gar nicht in den Sinn, dass das verboten sein soll. Zweitens wollte ich nicht, dass durch mein Video andere Menschen sich dazu veranlasst sehen, Grenzüberschreitungen zu begehen. Das war weder der von mir verfolgte Zweck, noch habe ich überhaupt in Betracht gezogen, dass so etwas passieren könnte. Wie man in dem Video sieht, war es ja auch ein großer Zufall, dass er Punkt, Punkt, Punkt in dem Moment, wo ich das Video eigentlich beenden wollte, auf dem Flur tritt. Ich habe ihn also nicht proaktiv aufgesucht und ihn dann gefilmt. Er war ja auch im Gesicht mit einem Mund- und Nasenschutz bedeckt. So kam ich erst recht nicht auf den Gedanken, dass das verboten sein soll. Es war eine Augenblick, eine Augenblicksentscheidung von mir, dann weiterzufilmen. Rückblickend hätte ich das natürlich nicht tun sollen. Das sehe ich heute ein. Damals konnte ich das so nicht sehen und hatte im Übrigen auch nie zuvor etwas von dem Kunsturhebergesetz gehört. Ich habe keine bösen Absichten gehabt. Ich wollte mich nur selbst damit absichern, weil ich nicht glauben konnte, was uns da gerade passiert. Das war meine Aussage. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt haltet euch fest. Dann hat mein Anwalt es so steil gegangen auf diese Aussage, dass es ein neues Phänomen sei von jüngeren männlichen Personen aus dem orientalischen Raum. Er ist selber Kenneck. Er hat sich so krass getriggert gefühlt von der Sache, dass er gesagt hat, das ist nur noch eine Herzensangelegenheit hier. Er so, mir geht es gar nicht mehr um Geld oder sonst. Das ist nur noch eine Prinzipsache, was ich hier mache. Der ist da reinmarschiert. Er kommt aus Berlin. Das heißt, er hat mit dem Gericht in Münster ganz, ganz wenig zu tun. Deswegen konnte er richtig auf Kacke hauen. Er hat mich gefragt, soll ich hier richtig Rambazamba machen? Ich sage, nimm alles auseinander. Er so, okay. Alles vorbereitet, heute angekommen. 10.20 Uhr im Gerichtssaal. Wir kommen rein. Staatsanwaltschaft steht da. Der Richter steht da. Und die gesamte Schulklasse guckt zu. Die haben mich alle erkannt. Die haben sogar Fotos mit mir gemacht davon. Wir kommen da rein. Es war so ein abgekatertes Ding. Das glaubt ihr gar nicht, Alter. Ich habe sofort in den Augen des Richters gesehen. Die haben sich schon längst entschieden. Die haben wahrscheinlich gestern noch zu Abend gegessen gemeinsam. Mit dem Arzt, der Richter. Ist jetzt nur meine eigene Meinung. Muss ja nicht stimmen. Der Arzt, der Richter und der Staatsanwalt haben sich wahrscheinlich gegenseitig in den Lulus geboppt. Haben gesagt, ja morgen nehmen wir den mal richtig durch. 30.000 Euro holen wir dir safe, Herr Doktor. Machen wir dir klar, kein Ding. Ja, da kannten die aber nicht diese Vorbereitung von meinem Anwalt und mir. Die kannten meinen Anwalt überhaupt nicht. Die haben den so unterschätzt. Der hat die alle einen Kopf kürzer geredet. Ich schwöre es euch. Das Erste, was der Richter dann sagt, ist Ja, Unwissenheit schützt nicht vor. Der hat nicht mal ausgeredet. Und mein Anwalt sagt, ist das ihr ernst? Dieser Spruch, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe, ist Kindergarten. Das stimmt gar nicht. Es gibt sehr wohl Delikte, wo die Unwissenheit vor Strafe schützt. Gibt es. Er hat gesagt, womit kommen sie mir hier? Das ist so wie so Kindergarten, wie mitgegangen, mitgefangen. Sofort. Und der Richter guckt ihn so an. Und der Richter war jung. Der war gar nicht so alt. Der war sehr jung. Und deswegen meine Schlussfolgerung, dass sie sich vielleicht kannten. Der Arzt, der Richter, Staatsanwalt. Und dann hat mein Anwalt richtig rambazamba gemacht. Hat den Paragrafen um die Ecke gehauen. Hat Verhandlungen als Vergleichsverhandlungen gezeigt, was damals dort und hier passiert ist. Dass man das so nicht einfach machen kann. Der hat dann wirklich alles um die Ohren gehauen. Und dann ist er richtig drauf hängen geblieben, mit diesem Rassistischen, mit diesem Rassismus. Und meinte, was ist das bitte für eine Anklageschrift seitens der Staatsanwaltschaft? Er meinte, das ist ein Skandal. Und die gesamte Schulklasse guckt zu. Er meinte, das ist hier das Grenz an Rassismus. Er hat gesagt, wie können sie überhaupt als Richter diese vom Staatsanwaltschaft angefertigte Anklageschrift, er muss sie ja lesen, bevor wir ins Gericht gehen, einfach so kommentarlos hinnehmen, ohne was zu sagen, ohne dass ihnen auffällt, dass das vielleicht rassistisch sein könnte. Dann hat er den Richter angegriffen. Er hat dem Richter unterstellt, dass er das quasi supportet. Indirekt. Also das war wirklich eine Schlammschlacht, Leute. Ich sag's euch. Das war wirklich sehr, sehr wild. Und der Staatsanwalt, also der Staatsanwaltschaft, der heute im Gericht war, war nicht der, der das geschrieben hat, der die Anklageschrift geschrieben hat. Der hat sich schön verpisst. Dann musste der Staatsanwalt, der das verfasst hat mit dem Rassistischen, musste sich distanzieren. Ich habe mies recherchiert. Er musste sich distanzieren. Und ich habe ja in meiner Aussage gesagt, ich erwarte, dass das Gericht sich von dieser Aussage distanziert, aus dem orientalischen Raum und so weiter. Quatsch. Ich habe gesagt, bitte, Alter, wie peinlich ist das denn bitte für euch? Was für ein Armutszeugnis ist das? Dann musste der Staatsanwalt widerwärtig, also er hat sich richtig abgefuckt, musste sich quasi entschuldigen und sich von diesen Aussagen distanzieren. Obwohl er eigentlich voller Hinterstand. Und der Richter musste sich auch davon distanzieren. Das hat mein Anwalt alles eingefädelt. Ja, am Ende, ich will euch jetzt nicht komplett voll labern. Er wurde natürlich auch der Arzt als Zeuge geladen. Der hat natürlich irgendein Bullshit gelabert, was nicht wirklich so gewesen ist. Und er meinte am Ende nur so wie, ja, ich wünsche ihm doch alles Gute und ich wollte doch nur helfen. Ich erwarte 30.000 Euro, Alter. Was redest du, Alter? Kriegst den Mund nicht voll, ha? Dann hat mein Anwalt gesagt, wisst ihr was? Herr Rashidi, spendet das Geld an eine Kinderhilfsorganisation. Auf einmal, die Augen werden so. Dann beraten die sich, bababababa. Nein, abgelehnt. Dann mein Anwalt, alles klar, Pause. Pause. Wir gehen raus, mein Anwalt sagt, soll ich richtig Gas geben? Also soll ich richtig ernst machen, Bruder? Also du weißt, ich mach jetzt richtig Rambazamba, ne? Also kann sein, dass es eskaliert. Ich sag, mach, Bruder, mach. Mach. Die lehnen sogar ab, dass ich diese 30.000 Euro an eine Kinderhilfsorganisation spende. Lehnen sie ab. Das heißt, was verfolgen die da überhaupt für ein Ziel, Alter? Worum geht's hier überhaupt? Das war so ein Film, das glaubt ihr einfach nicht. Dann gehen wir wieder rein. Mein Anwalt dreht durch, Alter. Ich schauf meine Mutter, der dreht durch. Der krallt sich den Staatsanwaltschaft. Der krallt, der attackiert den Staatsanwalt, stellt dem Arzt voll die Fragen, wo er sich die ganze Zeit verhaspelt, verredet, widerspricht. Und nebenbei verdreht der Richter die Augen. Auf einmal sagt mein Anwalt zu dem Richter, was gucken Sie so verdutzt? Warum verdrehen Sie hier eigentlich immer die Augen, wenn ich was sage? Bruder, dann packt er aus, sagt, ich hatte es nicht einfach. Ich bin hier Anwalt in Deutschland. Ich bin genau so ein anerkanter Anwalt. Ich musste selber studieren. Was soll das hier? Er hat gesagt, das ist hier Rassismus. Er ist zwar kurz davor, das komplett zu eskalieren und abzubrechen. Und der hat ihn auch schon gedroht, dass wir das Gericht nicht anerkennen, weil das kein fairer Prozess ist. Und das war auch so. Die waren alle zusammen abgestimmt. Und dann hat der, und weil die Öffentlichkeit da war, die Schulklasse, waren alle fassungslos. Alle so. Alle so. Da waren so Jungs, die haben zu mir so gemacht, so. So von wegen, Bruder, wie fühlen wir mit dir? Die Mädchen, die da waren, die so. Oh, du Arme. Ich sag, ja, seht ihr, willkommen in Kartoffelland, Alter. Ich bin selber Kartoffel, aber ihr wisst, was ich meine. Willkommen in deutsche Justiz, in Behörden, in Bürokratie. Bruder, ich hab nur eine Aussage gemacht. Ich kann nichts mehr sagen. Wir haben abgemacht, dass ich kein Wort sage. Ich bin am Brennen innerlich. Ich guck den Staatsanwalt an, ich denk mir so, du. Ich guck den Richter an, ich denk mir so, du. Ich guck die alle an, ich denk mir, du. Mein Anwalt, während er redet und die Fertig macht, beruhigt er mich noch so. Er so, Bruder, er so chill, er so hör auf. Ich so, ich fang an zu meditieren. Ich fang an zu meditieren, ich beruhig mich, ich beruhig mich. Bruder, es ging so zwei Stunden, mein Kopf war am Platzen. Am Ende hat mein Anwalt das so gedeichselt, jetzt haltet du es fest. Er hat das so gedeichselt, dass von diesen 30.000 Euro, die im Raum standen, nur noch sage und schreibe. Nicht 20, nicht 15, nicht 10, 3.600 Euro. Aufgrund meiner wirtschaftlichen Lage. Danke, mein Anwalt. Ich küsse deine Seele, Bruder. Also, ich hab wirklich noch nie einen Anwalt so performen sehen. Also, meiner Meinung nach, Freispruch. Einstellen, den Arzt nochmal anzeigen, wegen unterlassener Hilfeleistung. Aber, wir wollten es auch zu einem Ende bringen. Ich wollte nicht, dass es eskaliert. Da sind wir rausgegangen, meinte er. Was sagst du? Und der Staatsanwalt, der war so gefickt, Leute. Der war so, ich hab noch nie einen Staatsanwalt, ich hab so gesehen. Der so gefickt aussah, so sah der aus. Der kam auf sein verficktes Leben nicht klar. Der kam einfach nicht klar. Der ist gestorben. 100 Mal, 100 Mal innerlich gestorben. Weil er einfach nicht das durchbringen konnte, was er machen wollte. Und, ähm, wisst ihr was? Er sagt so, ja, das können sie doch locker stemmen, 30.000 Euro. Das können sie doch stemmen. Auf einmal, die ganze Schulklasse hat sich kaputt gelacht über den. Wirklich, der war so f***ig, der Typ. Die haben sich bepisst vor Lachen. Auf einmal packt er von meinem Song Casino Royale ein paar Zeilen aus. Von wegen, ich mache damit nur ein paar Cent. Packe im Monat auf locker 10k weg. Alles verdoppelt sich ohne Fake-Zahlen-Check. Und das liest er vor. Ich guck meinen Anwalt an, ich mach so. Mein Anwalt sagt so chillen und lacht. Die Klasse ist am sterben. Der Richter macht schon so. Und der Staatsanwalt denkt, der performt grad meinen Track, Digger. Er sagt so, da sagen sie doch selber, dass sie 10.000 Euro, 10k, was ist, dann sagt er so, was ist überhaupt dieses K? Dann sagt der Richter zu denen, das ist, glaube ich, römisch oder so. Das ist schon alt. Er sagt, ja, wer 10.000 Euro im Monat weglegen kann, der kann auch 30.000 Euro. Alter, mit solchen Leuten hatten wir es zu tun. Dann sagt mein Anwalt, er sagt dann zum Richter, darauf muss ich doch jetzt nicht ernsthaft eingehen, oder? Dann hat der Richter auch so gemacht. Am Ende hat der Richter gemerkt, dass diese Scheiße nicht funktioniert. Dieses abgekartete Spiel funktioniert überhaupt gar nicht. Und der Staatsanwalt hat sich bis auf die Knochen blamiert. Genau, ich bin ja ein Lagerist. Und deswegen, 30k geht nicht. Versteht ihr? Und ja, am Ende hat sich der Spieß gedreht. Ich hab trotzdem, sag ich mal, durfte ich ihn nicht filmen. Sehe ich auch ein. Das macht man nicht, Leute. Filmt niemanden einfach so ohne sein Einverständnis. Und ich hab ja richtig gesagt, wie er heißt, wo er arbeitet. Ich hab den komplett bloßgestellt und identifiziert. Ich hab ihn zum Ziel gemacht. Ist so. Das seh ich ja auch ein. Das macht man nicht. Hätte ich seinen Namen nicht genannt, hätte ich ihn einfach nicht gezeigt, sondern einfach nur geredet, wäre alles cool gewesen. Aber ich, Idiot, hab falsch gehandelt und dann hatte ich halt das Problem. Und nur das konnten die mir. Mehr nicht. Und Leute, ich sag euch, ich bin anstatt 30.000 Euro, bin ich nur 3.600 Euro jetzt quasi losgeworden. Also 3.600 Euro für das Lächeln meines Sohnes. Tschö guesel. Mit Herz. Aber wir haben sogar angeboten, die 3.600 Euro hat mein Anwalt wieder angeboten. Jetzt haltet euch fest, guck mal, was für Leute da sind. Hat wieder angeboten, die 3.600 Euro an eine Kinderhilfsorganisation zu spenden. Haben die abgelehnt. Mein Anwalt hat gesagt, wir wollen Zeugen hinzuziehen. Meine Frau und so, die war ja die ganze Zeit da. Abgelehnt. Die wollten mich ficken, Leute. Die wollten mich ficken. Und der Arzt hat es wahrscheinlich nötig, Alter. Gönn ihn. Also, Wahnsinn.